Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen ist heute ein Jugendlicher am Landesgericht Vellkirch zu drei Jahren unbedingt der Haft verurteilt worden. Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, der Missbrauch ereignete sich nämlich im Vorarlberger Kinderdorf. Dort soll der Angeklagte sexuelle Handlungen mit mehreren Buben vollzogen haben. Mitte des Jahres 2014 haben die Übergriffe im Kinderdorf in Bregenz begonnen und bis zum vorigen Jahr angedauert. Der Angeklagte, der damals selbst im Kinderdorf gelebt hat, war zu Beginn der Vorfälle 15 Jahre alt. Insgesamt hat sich der Jugendliche an acht Buben vergangen, die meisten davon im Alter zwischen acht und elf Jahren. Nachdem eines der Opfer der Kinderdorfmutter davon erzählte, wurden im Vorjahr die Ermittlungen aufgenommen. Diese ergaben, dass es zwischen den Kindern und dem mutmaßlichen Täter zu mit Beischlaf gleichzusetzenden Handlungen gekommen ist. Daraufhin wurde er wegen schweren sexuellem Missbrauch von Unmündigen angeklagt. Die Vorsitzende Richterin Angelika Prechtel-Marte sah in der heutigen Verhandlung keinen Grund, an der Richtigkeit der Zeugenaussagen zu zweifeln. Weil eines der Opfer durch den Missbrauch schwere Schäden davon getragen hat, erhöhte sich der mögliche Strafrahmen für den Angeklagten auf siebeneinhalb Jahre. Geworden sind es am Ende drei Jahre. Die Richterin begründete das damit, dass der Angeklagte bislang unbeschulden war, seine Taten bereut und sich im Prozess geständig gezeigt hat. Außerdem sei er nur eingeschränkt zurechnungsfähig, daher auch seine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Zusätzlich zur Haftstrafe wurde der Jugendliche zur Zahlung von Schmerzengeld in Höhe von 21.600 Euro verurteilt. Er hat nun drei Tage Bedenkzeit. Die Staatsanwaltschaft hat keine Erklärung abgegeben. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.